ja wohl hallo und herzlich willkommen hier zum let's play zu die sims 4 hier bei uns auf red second TV und wir fangen jetzt direkt an mit den Sims und haben hier eine Fick-WG interessant also ich hoffe ihr glaubt mir jetzt dass ich hier noch nichts gemacht habe denn ich habe hier definitiv nichts gemacht es ist jetzt gut okay ich persönlich käme ich mit dem Spiel nur nicht aus ich mein letztes Sims war die Sims 4 deswegen hoffe ich mal dass wir hier klarkommen das scheint wohl das falsche gewesen zu sein ah schon besser dann ist die Fick-WG auch weg ja wie soll sie denn heißen unsere erste Person hier ich wäre persönlich für keine Ahnung Jaylee Second so sie ist weiblich ist so groß was soll das hier sein so ich würde nicht ich werde ich werde aber ist ich werde Eindeutig Frag mich nicht, es ist jetzt einfach so oben rausgegriffen Merkmale Krönig Musiklieber Musiklieferlerin Und Toi Patschig Jawoll Ja gut, von niembewusst und so, ja ok, das wieder deine date Ähm... wir ändern hier mal Bisschen was an den Haaren Oh Gott gibt es ja mittlerweile viel Auswahl Ähm, ja Kommt so schon ganz gut hin eigentlich Also wie schon gesagt Ich mach das jetzt freie Hand raus So wie ich es jetzt gerne hätte Ähm, hat keine bestimmte Person Die dahinter ist Ähm, ist jetzt nur So Oh Gott, da muss man ja alles Äh, dann Why, wieso Äh, ja Okay, wenn man das hat, wie kommt man jetzt wieder zurück Gott, ich frag mich nicht Gott, die Kleidung gefällt mir halt überhaupt nicht Nein, ich will keine Kombination, ich will ein Einzel Das hätte bestenfalls was schwarzes hier Okay Oh Ein Schlüpfer Ah, das ist schwarzes Jawohl Jawohl Äh, Schuhe Jawohl Jawohl Hammer Person Nummer eins schon mal Das ist Jamie Second Ach komm Mach mal Jamie die draus Hm Nächste Person Man kann nicht Man kann nicht hinzufügen, Alter, wo sind wir hier, Mann Äh, ja, äh, so wie das definitiv nicht aussehen Unser nächster Er wird heißen Er wird heißen Er wird heißen Die Second-Familie Die Second-Familie Äh, äh, ja, erstmal alle durchschäumen Und dann für das hässlichste Einigen Tadaaa Hässlichstes gefunden Passt Jamie in the Second Unser erster Sim in unserer Stadt Budget hat sie Wir gehen mal In, äh, nach Oasis Spring Dort gibt's jetzt noch nicht so viel Und dann wählen wir doch erstmal ein Haus, was nicht so viel kostet Okay, das ist ja schon sehr teuer Möbeliert Hat sich nicht mehr viel übrig Aber mal ein Haus kaufen Jamie Lee wohnt ab sofort In diesem Haus Das war's mit der Spannung Musik ist jetzt auch weg Ich kann euch vermutlich, also vermutlich versprechen, dass nächste Woche da Musik dabei ist Diese Woche noch nicht Äh, sieht erstmal gar nicht so schlecht aus hierherin Sie sieht nicht modern aus Also Grafik gefällt mir so vom optischen her Nö, wo kann ich denn Kameradriere? Jaaa, man muss nur finden Äh, zu suchen und finden Okay Das sind die Sims So, was müssen wir jetzt nochmal machen? Wo spielen, hä? Gruppen, was ist das hier? Möchtest du einen Einzelhandel eröffnen? Ja, einen Einzelhandel kaufen? Nein, nicht jetzt! Bedürfnisse! Ja, genau, das will ich doch haben hier! Ah, da hinten geht ein Oder ein, ja Ansprechen 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 Wie bist denn du? Yo, da fährt einfach so ein Auto vorbei und sie rennt rüber Wieso nicht? So, was gerade denn natürlich? Oh, nein Oh, nein Ja, ich hab mir gedacht Ich hab mir das Ich hab mir gelernt Ich hab mir das Ich hab mir gedacht er ist schon klar und er spielt darauf einmal im bürger zu spüren und schließlich in der Gegend und es ist nicht so dass das alles er Spaß haben Prozent Part wird darauf ist beruhen das ist so bleibt jetzt erst mal ich will nicht sagen aber Kann das sein, dass wir hier die Couch haben, aber kein Fernseher? Das ist natürlich stark. Kann man auch im Bett Spaß haben? Nein, schade. Wie kann sie denn am besten Spaß haben? Aber wer ist denn das hier? Johnny Schwarz, junger Erwachsener. Und wo ist meine liebe Jamie hin? Die hat sich verkümmelt. Nein, da kommt sie. Da kommt sie. Total cool. Vielkommen, danken. Und dann schauen wir uns. Dann machen wir sie noch ganz fett. Dann noch Hunger. Stillen. Schnelle Mahlzeit essen. Gesunde Chips. Und dann ist der jetzt weg. Ah, der ist weg. Oder? Steht der da noch vor der Tür? Ah, der steht da noch. Das wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Und jetzt vielleicht mal Spaß haben. Wie geht denn das hier? Ja, das wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Der Spaß zinkt aber allerdings. Ähm. Wir müssen da was kaufen. Aber das gibt es jetzt das nächste Mal. Ja, genau so. Die Energie geht langsam zugrunde. Und die Hygiene. Da hilft meistens einfach nur die Hände zu waschen. Und noch mal die Hände zu waschen. Und dann würde ich sagen. Machen wir mal ein Schläfchen. Ja, ich weiß nicht, was jetzt hier Johnny noch macht. Aber Maya kann ruhig hier bleiben, doll. Ja, so wird der erste Part zu Ende gehen. Ich kann euch versprechen, ähm, nächste Woche. Nächste Woche geht es hier weiter mit einem neuen Sim. Und dann werden wir definitiv irgendwann ein Haus bauen. Ähm, ein Haus bauen wird auf jeden Fall ein bisschen länger dauern, denke ich mal. Weil, äh, wenn wir dann schon ein entscheidendes Grundstück hinbauen, äh, ähm, Fakt ist auch, dass wir uns einen Job besorgen müssen. Für Jamie. Und, äh, ja. Für den neuen Sim dann. Schauen wir mal, wer das wird. Und dann schauen wir mal weiter. Jamie ist wieder wach. Und wir langsam nicht mehr. Jetzt hat sie Hunger. Jetzt kann sie gerne mal kochen, wenn sie will. Äh, was gibt es denn hier so Schönes? Macht sie doch mal Rühreier. Ich meine, wir haben 19.30 Uhr, da kann man mal hier Rühreier machen. Ja, man hat es auch schon jetzt hoffentlich nicht gelandet. Jawoll, noch geactiviert Essen. Dann noch mal schon die Blase entleeren. Das ging ja jetzt schnell du, da ist es auch nicht leer du. Und dann sag ich erstmal Danke fürs Zuschauen, das waren die Sims von dieser Woche. Ja ging jetzt nicht so spannend los, aber es wird sich schon noch legen bzw. wird schon noch spannender werden. Es ist ein neues Sims-Spiel, wie schon gesagt mein letztes war die Sims 2, das heißt es ist schon ein bisschen länger her. Sims 3 habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt. Ja bleibt dabei, schaltet ein, nächste Woche geht es weiter, genau um die gleiche Zeit, gleicher Tag. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, das war's, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.